Die RWTH in Aachen. Die Hochschule ist die größte technische Universität in Deutschland. Die Wissenschaftler rücken hier einem globalen Problem auf dem Leib. Dem Hunger nach seltenen Erden. Sie tun das mit einer Küchenmaschine, um die Möglichkeiten der industriellen Fertigung auszuloten. Die seltenen Erden werden bisher fast ausschließlich aus China importiert, aber überall gebraucht. Die Magnete in den Festplatten, die Magnete in Elektromotoren, ganz besonders in den Windkraftanlagen. Professor Bernd Friedrich ist Experte für Metalle, auch für seltene Erden. Mit seinen Mitarbeitern entwickelt er am Metallurgischen Institut Verfahren zum Recycling und zur alternativen Gewinnung mit einem klaren ökonomischen Ziel. Können wir uns selbstständig machen, können wir uns unabhängig davon machen, von diesem Land China. Denn alleine, ich sag mal, 90, 95 Prozent aus einem Land ist eigentlich eine inakzeptable Situation. Selten sind seltene Erden eigentlich nicht. Es gibt sie durchaus nicht nur in China. Dieses Erz, zum Beispiel Ordealit, kommt massenhaft in Schweden oder auch in Grönland vor. Und es enthält viele der besonders wichtigen Metalle. Aber die Gewinnung ist nicht einfach. Das Besondere an diesem Verfahren ist, dass wir in Europa angewiesen sind, alternative Ärzte einzusetzen, die gewisse Vor- und Nachteile mit sich bringen. Mit unserem Eudialit, welches in Europa zu finden ist, haben wir einen großen Nachteil. Wir sind gezwungen zu einer Vorbehandlung des Materials, was mit konventionellen Ärzten nicht passieren muss. Bei einem Standardverfahren würde das pulverige Ausgangsmaterial verkleben. Deswegen lösen die Wissenschaftler das Gemisch erst mit Salzsäure an. Das ist teuer, aber funktioniert auch im größeren Maßstab. Um sich aus der Abhängigkeit von China und damit von globalen politischen Unwägbarkeiten zu schützen, könnte auch Recycling eine Lösung sein. Schließlich enthalten Windkraft, Turbinen, Elektromotoren oder Festplatten tonnenweise seltene Erden. Wir sind also dabei hier im Institut, dieses Recyclingverfahren und diese Recyclingalternativen auszuarbeiten, experimentell, theoretisch, um eben für den Fall der Fälle gewappnet zu sein. Für den Fall etwa, dass China den Export seltener Erden plötzlich herunterfährt. Im Schmelzofen der Werkstatt geschredderte Magnete aus Festplatten. Die Schmelze ist der Ausgangspunkt für ein spezielles Recyclingverfahren. Bei über 1000 Grad trennen sich die Metalle, wenn Strom fließt. Auf diese Weise können seltene Erden wie Neodym aus industriellen Permanentmagneten wiedergewonnen werden. Das Verfahren ist aufwendig. Das Problem ist hierbei auch nicht wieder das Sammeln der Festplatten, sondern das Aufbereiten. Das muss halt alles geschreddert werden, sehr stark zerkleinert, gut sortiert werden, gut vorsortiert werden. Und dann können wir auch sehr gut damit arbeiten. Recycling hört sich umweltfreundlich an, aber bei dem Prozess entstehen normalerweise Fluor, Wasserstoffe und jede Menge CO2. Ein Trick der Forscher, sie tauschen Sauerstoff mit Argon. Das Edelgas verhindert giftige Reaktionen. Das Endprodukt ist industriefertiges Neodym. Bisher wird auch das Recycling im industriellen Maßstab praktisch ausschließlich in China gemacht. Obwohl in Europa jedes Jahr mehrere tausend Tonnen Rohmaterial anfallen. Da muss man dann überlegen, schickt man wirklich all unsere Magnetsschrotte, die wir sammeln, wieder dorthin? Oder machen wir eine eigene, unabhängige europäische Lösung? Das Risiko der Abhängigkeit ist hoch. Nicht nur im Falle möglicher Handelskriege und Krisen, auch rein ökonomisch. Die Strategie der Chinesen oder der Asiaten ist natürlich, nicht nur die Metalle zu verkaufen, nicht nur die Legierung zu verkaufen, nicht nur die Werkstoffe, sondern ganz bis hoch in die Endprodukte hinein. Das heißt also die gesamten Elektromotoren hierher zu bringen. Und das wird natürlich dann der Angriff auf die Automobilindustrie werden, weil unsere Stärke der Automobilindustrie ist ja der Motor. Und wenn wir diese Kompetenz jetzt verlieren, indem wir Elektromotoren von außen kaufen, gefährden wir unsere gesamte Wirtschaft der Automobilindustrie, auf der ja gerade Deutschland sehr basiert. Das ist also schon eine große Gefahr. Recycling und seltene Erden aus europäischen Erzen, für die nächsten 100 Jahre wäre genug da. Gerade die wertvollen Erden lassen sich aus Eudialit gewinnen, zeigen die Arbeiten aus Aachen. Aber noch ist die Bergbauindustrie nicht so weit. Und den Bedarf einer Industrienation kann man eben nicht mehr mit der Küchenmaschine decken. Und den Bedarf einer Industrienation kann man eben nicht mehr mit der Küchenmaschine decken. Und den Bedarf einer Industrienation kann man eben nicht mehr mit der Küchenmaschine decken. Und den Bedarf einer Industrienation kann man eben nicht mehr mit der Küchenmaschine decken.